Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games und heute mit einem echt lustigen Spiel, glaube ich, und zwar zocken wir heute Hill Climb Racing von Fingersoft und das werden wir direkt mal anzocken. Können wir schon ein Fahrzeug auswählen? Ah ne, ich glaube noch nicht. Ne. Äh, nein, ich möchte jetzt spielen. So, als erstes geht es mit dem Jeep los. So. Äh, ja, ich kann noch nichts aufrüsten, deswegen starten wir jetzt auch einfach mal. So. Gas, Bremse. Also, diese Spiele kennt ihr auf jeden Fall und das ist Hill Climb Racing. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, wir brauchen auch Benzin, glaube ich. Hair Time, okay, auch gut. Ist ab 0 Jahren, Leute. Können wir hier denn sterben? Ja, anscheinend schon. Okay. Das versuchen wir gleich nochmal. Also mit Gas und Bremse hier immer. Sie sehen, wie schnell wir sind. Unser Boost ist jetzt noch nicht so groß. Wir sind ja auch noch gerade, oder nicht so stark. Wir sind ja auch gerade noch am Anfang. Nein. Neckflip. Kann ich weiterfahren? Schade. Driver Down. Also wirklich sehr, sehr witzig. Okay. Wir können den Motor jetzt eigentlich upgraden. und auch die Federung. Okay. Schon schneller sehen wir, der Boost ist ein bisschen besser. Oder ein bisschen höher. Und auch die Endgeschwindigkeit. Weil die Strecke bleibt, glaube ich, immer gleich. Das ist natürlich nicht so schön. Man sammelt auch sehr schnell Punkte. Das ist halt wichtig. Mensch! Mensch! Ach man! Ach man! Woran liegt es denn, dass wir ständig so viel springen und sowas? So, vielleicht mal die... den Allrad aufrüsten. Nein, starten. Reach 400 Meter. Ah, da oben links ist das. Wir müssen das jetzt aber auch erstmal schaffen. Oder langsam mal schaffen. Nein! Verdammt! Mann, fahr doch weiter! Jetzt geht der nicht. Oh Mann, Mann, Mann. Gerade am Anfang müsste ich auch was, dass es nicht zu viel Gas gibt. Aber es kann gerne nach hinten rausgehen. Oh Mann, Mann, Mann. Oh Mann, Mann. Ach nee, ich glaube links ist nur der Drehzahlmesser. Ach nee, ich glaube links ist nur der Drehzahlmesser. Ich war jetzt ganz vorsichtig. Ja, super, war klar. Natürlich, warum denn auch nicht? Ich mache noch ein paar Versuche. Nein, ich war nicht zu Stufen. Nein, habe ich nicht. Ich brauche noch einen Reifen. So, ich bin erst in der zweiten Stufe. Ein bisschen schwerer habe ich das Gefühl. Das heißt, wir springen nicht so krass. Ja, natürlich. Neckflip, warum auch nicht? Warum ein Backflip, wenn auch ein Neckflip geht, um sich das Genick zu brechen, Leute? So, wir versuchen unser Glück weiter. Ich bin erst in der zweiten Stufe, um sich das Genick zu brechen, Leute 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 zu brechen. Und dann werden wir auch ein bisschen schneller. Ja, Leute, ihr seht's. Hill Climb Racing. Hill Climb Racing. Was sagt ihr dazu? Schreibt's doch in die Kommentare. Also, mir hat's trotzdem gefallen. Es ist ein Spiel für zwischendurch. Oder was sagt ihr, Leute? Schreibt's in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, dann einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, dann einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, dann einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!